so erst mal ich habe eigentlich eben schon mal die anmoderation gemacht aber irgendwie ist die kamera abgestürzt was eigentlich nicht hätte sein dürfen aber egal so erst mal guten tacho leute heute ist thunderbike joker fest ich bin auf dem weg dahin weiß rüdesheim ist heute auch magic bike hätte ich auch hinfahren können gerade auch die tour ist halt geil schön am rhein entlang durch sieben gebirge durch oder am sieben gebirge lang aber ich wollte unbedingt hier hin die ganzen letzten jahre wo ich halt noch im motorradclub war und so weiter war an dem datum immer irgendwas wo ich hinfahren musste und jetzt kann ich meine termine selbst entscheiden wann ich wohin fahr ist auf jeden fall ein ganz ganz großer pluspunkt und ja ich war jetzt hier ganz gemütlich nach haminkeln ich habe es nicht so weit jetzt ist auch schon der eine oder andere sogar wovon ich weiß die sind aus hamburg dahin gekommen die meinen scheiß hier gucken grüße gehen auf jeden fall raus freue mich da auf jeden fall gleich persönlich kennenzulernen und ja bin gespannt wie voll das da ist habe schon fotos geschickt bekommen aber kann ich gleich vorne weg fahren auch gut das sind mal ein paar schöne alte dinger schöne alte keile teile die haben sich verfahren oder die wollen sich auch mal ein echtes motorrad kaufen ich weiß auch nicht ich muss ja gerade große töte schwingen hier ist schon alles voll dort passt fahr mal hier rein so ich stehe eigentlich den platz hatte ich mir sogar ausgesucht ist das eine geile heritage leck mich am arsch leute ziemlich geil also die zwei alten herren geil so wir sehen uns gleich so Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.